Geht wieder los oder? Richtig! Kaffee getankt, aber jetzt geht es in die Hölle. So, wir suchen den Anfang der Strecke. Oh, da ist aber noch Jesus. Himmel und Hölle ist ja am Anfang sehr nah zu sein. Also wenn das die Hölle ist, dann kann es so weitergehen. Dann haben wir nichts zu fürchten. Direkt mal auf dem ersten halben Kilometer Singletrail. Kann man machen. Da haben wir die entscheidenden Sekunden gut gemacht. Auf die Zeitfahrräder. Ja. Konzentrier dich, Mann! Das kostet wertvolle Minus. Also natürlich wissen wir, dass die Zeit so gar nicht egal ist heute, aber... Merke! WTB, Riddler oder WTB, wie auch immer, ist auf jeden Fall nicht der beste und pannensicherste Reifen. Das ist das Schlossheimhaus. Also hier ist die Strecke richtig schön. Richtig geil, oder? Und der Wind pustet uns Richtung Norden. Geil! Irgendwie habe ich den Eindruck, wir fahren fast nur Gravel. Bisher alles auch mega frach. Aber in sieben Kilometern kommt das berühmte Kranzberg. Kolde-Kranzberg. Kolde-Kranzberg. Der geht hoch. Der erste Berg ist... ...Grevel. ...Grevel. Und schon stark. Der war auf jeden Fall schon mal... ...schöne... ...11-12% ...Grevel. Ganz schön staubig hier. Ganz schön staubig hier. Hallo, wer hat gesagt, dass die Strecke nicht schön ist? Das ist einfach der Hammer. Irgendwo muss da jetzt Freising kommen. Hä? So, wir zu Ski an Freising. Also wir haben Freising das erste Mal hinter uns gelassen. Wir haben jetzt 55 Kilometer. Durchschnittlich 65... 65 kmh, genau. 25,6 kmh. Der erste Liter ist schon weggelogt. Heute bist du besser im Trinken, scheint mir. Ja, heute bin ich gut im Trinken. Immerhin in etwas. Ähm... Wir haben leider erst 270 Höhenmeter knapp. Und jetzt wird's bergig. Jetzt versau ich dir wieder den Schnitt. Scheiße! Hä? Scheiße, wir müssen den Berg da hoch. Kacke. Ich glaube, jetzt hat man aus purer Schikane drei schöne Rampen eingebaut. Look at it. Jetzt geht's immer rauf und runter. Da. Achtung mal, wir warten drauf! Hm. So. Das war der erste Streich. Der Siverin ist schon da. Das hätten wir eingeholt. Servus. Servus. Fangen wir weiter, oder? Nee. Pause. Also Siverin fand's leichter als den ersten Berg. Ich hatte kurz überlegt, ob ich kurz anhalte und weine. Ich hab's aber gepackt. Und... Piu. 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 Kur��서. Halt. Und jetzt geht es wohl ein drittes Mal bergauf. Schauen, was das so gibt. Das war die dritte Rampe. Und ich hoffe, die drei übelsten Rampen jetzt hinter uns, darauf eine Apfelschorle. Severin plant übrigens die nächste Tour für morgen. Rehe galoppieren. Das nennt man wahrscheinlich nicht so. Aber vielleicht kommen sie gleich als Wildwechsel aufs Fahrrad. Mittagspause. Ja, macht auch Mist, ne? Gerade schon, wie viele haben wir jetzt getroffen? Vier Leute, die auch die Hölle fahren. Sehr nett. Sehr nett. Die meisten? Nein, alle. Alle sind sehr nett. Alle sind sehr nett. Die ganze Welt ist sehr nett einfach. Schau. Das nennt man, glaube ich, den Flow, in dem der Thomas gerade ist. Ja. Ist das kein Kraftwerk? Auch nett. Da sieht man aus dem schönen Ding. So, das war ja gerade ein bisschen ätzend. Einfach fünf Kilometer geradeaus mit Gegenwind. Ich dachte, es waren 50. Gefühlt 50. Also ungefähr jetzt ist mein Tiefpunkt erreicht. Weil wir müssen die gleiche Rampe wie eben nochmal hochfahren. Das scheiß Haus. Ich hasse es. Hallo, Jesus. Mei. Das Liebergen hat deutlich mehr Pausen als ich. Da steht er wieder. Du, ich hab gerade mit meinem Bruder telefoniert. Ob wir morgen eine Tour machen. Ich hab schon Déjà-vu. Aber diesmal bin ich durchgefahren. Ja, sauber. Bald haben wir die 100 voll. Ja, Mann. Jetzt sind wir in Freising. Mal schauen, was uns hier erwartet. Freising ist schön. Aber kein Kopfsteinpflaster. Wir dachten eigentlich, das wäre der Grund, warum wir durch Freising fahren. Aber gut. Hier ist das Kopfsteinpflaster. Also ich hab mich gerade verirrt. Mein Wahoo hat auch versagt. Wegen der Häuserschluchten. Wir sind immer noch in Freising. Haben aber inzwischen 920 Höhenmeter auf der Uhr. Was ist das denn? Auf jeden Fall ein Top-Fahrradständer, würde ich sagen. Wir haben nur den Fehler gemacht, in Freising kein Wasser zu kaufen. Also es könnte jetzt wirklich die Hölle werden. Oder? Was steht denn da? Bitte reiten Sie nur auf den befestigten Wegen. Dann würde ich sagen, ride on. Nach unseren Berechnungen noch 8 Kilometer bis zum Wasser. Bis zur nächsten Wasserstille. Mental bin ich schon komplett dehydriert gerade. Ich hab schon so Halluzinationen. Ich sehe immer so kleine Wasserflächen überall. Mit Kamelen, die sich daran tränken. Wenn du einen unglaublich schnittigen Radler vor dir siehst, dann ist das keine Hardizination. Achso. Alter, was ist das für ein Gürbel? Da ist er. Dort ist die Zweirad. Geil. Schwib schwab. Schau dir mal das an. Yes. Ich hab ewig gesucht. Mein Held. Das war meine grösste Steigung am heutigen Tag. Geilste Pause der Welt. So, was ist das hier Severin? Sind das schon die Outskirts von München? Da sind das für geile Gravelwege hier. Da vorne ist der Sendeturm. Der Fernsehturm. Der Fernsehturm. Ich bin doch zugereist. Wie sagt man das? Der Fernsehturm. Gut, was da. Richtig! Wir haben's geschafft Severin. Die Hölle. Die Hölle wird zwungen. Jetzt machen wir jetzt noch ein kleines Päuschen. Und dann fahren wir noch 10km in die Stadt. Nääääh! Fazit, die Strecke war sehr geil, aber hat mich persönlich schon ziemlich zum Limit gebracht tatsächlich. Zwischenzeitlich Erschöpfungsfaktor 10 von 10, danach zum Glück wieder so 7 bis 8. Aber in Freising war echt kurz der Ofen aus. Ja, ich muss auch sagen, diese Rampen, die kann man natürlich dann dementsprechend immer auf seinem Niveau durchballern. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Dementsprechend war das schon... Du hast geballert. Ich habe dir ja nicht so geballert. Naja, das kann man so nicht sagen. Für deine Verhältnisse hast du... Also was heißt für deine Verhältnisse? Ich würde mal einfach sagen, ich habe einfach versucht zu überleben. Du hast wunderbar mit Bravour überlebt und ich muss sagen, bis auf diese Strecke ging den Wind irgendwann mal. So um Kilometer. Ja, das war der erste Tiefpunkt. Genau. Der zweite Tiefpunkt war nur nach Freising, als uns das Wasser fehlte und kurz Angst gehabt. Ich würde einfach umkippen. Stimmt, aber das war das... Also prinzipiell ist das doch alles schon wieder sehr, sehr gut gelaufen. Ja, ja man. Tschüss. 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 Tschüss.